Herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu Super in Französisch. Dies ist das zweite Video aus meiner Reihe und ich werde euch heute auf der Basis eines Textes die Grammatik erklären und das sind insgesamt drei entscheidende Basis Grammatik Kapitel wenn man Singular und Plural der Verbformen einzeln betrachtet. Außerdem werden wir viel üben es gibt eine Leseübung Ausspracheübung und es werden neue Vokabeln eingeführt. Wisst ihr noch das ist die französische Flagge die man auch Tricolor nennt drei Farben nämlich blau weiß rot wie laut sind die noch mal auf Französisch Wiederholung blau weiß rot die Farben sind Bleu Blanc Rouge ihr wiederholt Bleu Blanc Rouge Bleu Blanc Rouge prima das ist die französische Karte ihr erinnert euch Frankreich in der Form eines Sex Ex oben Paris ziemlich im Norden gelegen unten zum Beispiel die Provence die Côte d'Azur am Mittelmeer gelegen ja und es gibt viele unendlich viele andere schöne Regionen in Frankreich zu entdecken. Wir entdecken unseren ersten Text Er ist aus Paris, sie ist aus Paris. Ah oui, elle est d'ici. Ah ja, sie ist von hier. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Un chien, der Hund, un chat. Da haben wir noch die zwei Tiere. Un chien, un chien, un chien, un chat. Jetzt seid ihr dran. Ich wiederhole, erste Zeile. Un garçon et une fille de Paris. Il est de Paris. Il ist star nicht hier. Ich will er unknowns. Er ist die Pr Alice. Oh ja, sie ist von hier. Hier. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Un animal, un chien, un chat. Gut gemacht. Und noch einmal den ganzen Text. Ich lese erst ganz fort. Un garçon et une fille de Paris. Il est de Paris, elle est de Paris. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Hier wiederholt. Ihr könnt auch auf Pause drücken. Un garçon et une fille de Paris. Il est de Paris, elle est de Paris. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Betrachten wir die Vokabeln dieses Textes. Wir haben un garçon, un junge, un vieux, un mädchen. Mädchen, il est, elle est, elle est, de Paris, aus oder von Paris. Ici, hier, d'ici, von hier. Ihr müsst da bitte unbedingt ein Apostroph setzen, weil wenn ihr de und ici zusammen hättet, würden zwei Vokale aufeinander stoßen. Um dies zu vermeiden, setzen die Franzosen ein Apostroph und es heißt d'ici. Wir haben noch ein animal, so wie im Englischen animal. Ja, das könnt ihr als Basis, als Hilfe hinzuziehen. So wie un chien, un chat. Diese Vokabeln sind zu lernen. Und bitte bedenkt, die Vokabeln, ihr müsst sie in beiden Richtungen können. Tendenziell ist das so, wenn ich als Lehrerin abfrage, bekommt ihr zum Beispiel ein Bild oder auch, ja, ich sage es auf Deutsch am Anfang. Was heißt ein Junge? Und ihr müsst es an die Tafel schreiben können. Ein Garçon. Ihr müsst auch das CD richtig setzen können. Ein Mädchen ist un vieux. Und wir haben von hier, das ist die Sie. Schön, wenn ihr das könnt. Ein Tier, denkt ein Animal und dann ist es einfach ein Animal. Und die zwei Tiere, die wir noch hatten, waren Aschia, Ascha. Gut gemacht. Bitte Vokabeln lernen, wiederholen. Optimal ist es immer, wenn ihr in ein Vokabelheft schreibt, dass ihr das Wort zumindest einmal geschrieben habt. Oder dann auch beim Lernen. Prima ist es auch, wenn ihr beim Lernen das Wort noch einmal laut aussprecht. Denkt daran, wenn ihr über viele Kanäle lernt, fällt euch das Lernen leichter. Es ist effektiver. Wir kommen zur Grammatik. Wüsst ihr noch? Diese Sache, ein Garçon, eine Fille. Das ist nämlich A bzw. Un. Ein Junge, ein Mädchen. Der unbestimmte Artikel in der Einzahl. L'article indefini. Und das müsst ihr lernen. Wiederholt ihr? Wo ist der Unterschied? Klar, das eine ist maskulin, männlich. Das andere ist feminin, weiblich. A, ün. Wiederholt. Und von jetzt an oder schon von der vorigen Folie an, müsst ihr bitte zu jedem Nomenhauptwort, den Begleiter, den unbestimmten Artikel dazu lernen. Zum Beispiel, ein Animal, ein Chien, ein Schat. Und zum Beispiel bei ein Schat. Nicht? Ihr seht, es muss ein Schat im Französischen heißen. Der Deutsche sagt, eine Katze. Bitte unbedingt den unbestimmten Artikel immer dazu mitlernen. Betrachten wir ihn im Feminin. Eine Chanson, das ist ein Lied. Da passt es auch ansonsten wieder nicht. Eine Vieh ist klar, ein Mädchen. Eine Kopine ist eine Freundin. Eine Maison, ein Haus. Da passt es auch nicht. Lernt den Artikel bitte dazu. Und wir kommen schon zu unserem Grammatik-Kapitel Nummer 2. Das bezieht sich nämlich auf das Verb sein. Le Verb être. So wie im Deutschen. Also nein, erst nochmal der Beispielsatz. Il est de Paris. Elle est de Paris. Stand im Text. Er ist aus Paris. Sie ist aus Paris. Und da muss man auch wieder nach dem Genus, nach dem Geschlecht unterscheiden. Wir kommen jetzt zu den Formen des Verbs sein. So wie im Deutschen. Ich bin, je suis, du bist, tu es, er ist, il est, sie ist, elle. Noch einmal. Je suis, tu es, il est, elle. Wiederholt ihr? Je suis, tu es, il est, elle. Und auch diese Grammatik muss man lernen. Diese Grammatikformen. Ich habe ein bisschen mehr gewagt und bei mir jetzt gleich die Pluralformen hinzugenommen. Also wir hatten im Singular. Je suis, tu es, il est, elle est. Und jetzt kommt Plural. Wir sind, nous sommes. Ihr seid, vous êtes. Sie sind, ils sont, elles sont. Je nach Geschlecht. Ils sont für maskulin Plural. Elles sont für Feminin Plural. Noch einmal alle zusammen. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Lest ihr auch noch einmal? Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Das sind die Formen des Verbs être. Auch die sind bitte unbedingt zu lernen. Verbformen lernen. Wir lesen noch einmal den Text, ja? Un garçon et une fille de Paris. Il est de Paris. Elle est de Paris. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Jetzt seid ihr dran. Un garçon et une fille de Paris. Il est de Paris. Elle est de Paris. Ah oui, elle est d'ici. Un animal, un chien, un chat. Ihr könnt auch auf Stop drücken. Super! Aber wir haben den ersten Text. Wir haben gelesen. Wir haben Vokabeln besprochen. Wir haben Grammatik besprochen. Und hoffentlich gut erklärt. Und damit habt ihr ganz viel geschafft. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Toll! Klasse! Wie immer bei einer richtigen Schulstunde gibt es auch eine kleine Hausaufgabe, meine Lieben. Und die lautet wiederholt. Schaut euch das Video vielleicht mehrfach an. Klickt eventuell auf Pause. Lernt die Vokabeln und die Grammatik. Ich habe 100% gegeben. Ich würde freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ich auf meinem Konto mal sehen würde, ah, wieder einen Abonnenten mehr. Das motiviert mich einfach weiterzumachen. Denn es ist ehrlich ganz schön Arbeit. So wie ihr auch arbeiten müsst. Aber wir schaffen das. Das ist übrigens auch mein Fazit. Bleibt dran. Ihr werdet, ihr fühlt euch vielleicht manchmal als Frösche erst. Aber ihr werdet bald alle zu Froschprinzen und Prinzessinnen. Und ihr werdet das ganz toll schaffen. Ihr schafft das. Bitte bewahrt euch den Optimismus. Vielen Schülern geht es so, dass sie am Anfang sagen, ui, eine Herausforderung. Und am Ende sind sie glücklich und freuen sich auf die Ferien, die sie in Frankreich verbringen können. Bis zum nächsten Mal. Hier sind noch meine Quellen. Bis zum nächsten Mal bei Super in Französisch. Ich sage au revoir. Au revoir.